Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Squad Builder in FIFA 15. Ja, ja, ich weiß, lange, lange ist es ja eigentlich gar nicht mal so lange, wenn ich mal überlege. Momentan kommt keine Sub-Kreative-Video, weil ich dafür keine Zeit habe, aber selber Squads bauen tue ich momentan ja relativ häufig. Ich stelle sie halt nicht so oft vor, was ganz einfach daran liegt, dass, naja, ich nicht so viele baue, beziehungsweise auch nicht so viele Tüberspiele momentan. Aber egal, heute gibt es ein neues Team und ich denke mal, am Titel könnt ihr schon sehen, wer da drin sein wird. No Totti heißt das Team und dementsprechend ist Francesco Totti in diesem Team mit inbegriffen. Dazu aber gleich mehr. Zunächst aber, wenn ihr euch selber Teams bauen wollt oder T-Coins fehlen, schaut bei Randeon vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, würde mich selber freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ist eine großartige Unterstützung für mich und ist einfach wieder, ja, relativ nötig dieses Jahr, denn die Spielerpreise sind hoch und dementsprechend günstige Coinpreise und, ja, deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Das Weitere würde ich mich freuen, wenn ihr da einen Daumen nach oben gebt. Das war eine großartige Unterstützung, jedes Mal wieder schön euer Feedback zu bekommen und ich denke mal, dass gerade dieses Team viel von euch gefallen könnte und das würde ich euch empfehlen, euch nachzubauen eventuell mal, denn es macht wirklich extrem viel Spaß und hingegen der Allgemeinmeinung ist Pace, zumindest wenn man dieses Team hat, nicht mehr so wichtig, aber dazu gleich mehr. Zunächst einmal Torwart ist Marc-André Ter Stegen. Wir werden übrigens keine Tore dieses Teams heute sehen, das heißt, wir werden nur das Squad vorstellen und ich werde ein bisschen was dazu erzählen. Das liegt ganz einfach daran, dass ich nie die Zeit habe, Tore aufzunehmen, weil ich nicht so oft spiele, beziehungsweise erst viel zu spät entschlossen habe, dieses Team fortzustellen, einfach weil es mir so, so gut gefällt. Ter Stegen im Tor, wie gesagt, normalerweise ja nicht mein Lieblingskeeper, elf Spiele gemacht, aber bisher wirklich sehr, sehr gut in diesem Team. Vielleicht lag es wirklich bisher an den Teams oder an den Defensiven, dass er nie so gut bei mir war. In diesem Team ist er auf jeden Fall in Ordnung, macht keine großartigen Fehler, ist eigentlich immer relativ solide. Was aber auch neben meinen Innenverteidigern liegt, dass die nicht viel zulassen, aber geht auf jeden Fall ganz gut. Klar, Innenverteidigung besteht dann einmal aus Benedikt Höwedes, auf der linken Seite, auf der rechten Seite haben wir Emre Can, der geupgradete auf 75 mit Four Stars, Kills hat den Innenverteidiger eine Torvorlage gemacht, fast ein Tor gemacht nach einem Solo, was sehr, sehr geil gewesen wäre, allerdings hat er den leider nicht ins Tor gebracht. Ansonsten gute Werte, 79 Tempo für den Innenverteidiger, sehr, sehr wichtig, beziehungsweise sehr, sehr gut, wenn man nicht verteidigen kann, denn er hat nur 69 Defending, dafür das 79 Tempo, das gleitet das Ganze ein bisschen aus. 77, 40 sind auch in Ordnung, so schlecht wird er gar nicht im Defending, also es geht auf jeden Fall. Er lässt quasi nichts zu, was ganz schön ist und Benedikt Höwedes daneben ist auch sehr, sehr stark, ein 7, 80 groß, der Kopfballstärkere, der beiden Innenverteidiger ganz klar, in der Defensive und in der Offensive, auch in der Defensive, Can relativ viel Kopfball, der gewinnt Offensiv bei Ecken, ist nur Höwedes da und der macht auch teilweise die Buden, also einen hat er hier gemacht, ich glaube es waren insgesamt zwei Einspiel, ich weiß gar nicht, ob das mitgezählt wurde, ich meine er hatte zwei gemacht und Balotelli einmal nach der Ecke, dazu haben wir den Stürmer gleich gerevealt quasi, aber dazu gleich mehr, Höwedes defensiv sehr, sehr stark, extrem gute Stellung, Spieltempo ist auf jeden Fall in Ordnung, mit 66 kommt man auf jeden Fall klar, 78 für sich, es wirkt ein bisschen stärker, nicht so die Mega-Körperstärke, dafür die Aggression, das Marking und so weiter und so fort, das stimmt, die Sprungkraft ist auch gegeben, also da mangelt es nicht dran, von daher denke ich mal 78 für sich, es täuscht ein bisschen, der ist relativ stark und man kann sehr gut mit ihm spielen. Rechtsverteidiger ist dann der eventuell Beste der Premier League, Kyle Walker, Linksverteidiger haben wir im Silberspieler, und zwar Seat Kolasinac von Schalke. Rechts, ja Walker, man kann da jeden hinstellen, Walker für mich der Stärkste der Premier League, einmal weil er schnell ist und weil er die Körperstärke hat. Der ist 1,78 groß und hat einfach 80 für sich, das ist eigentlich der einzige Grund, warum er da steht. Er kostet dazu noch quasi nichts, ist halt auch noch schnell und gegen schnelle Außenspieler muss man das, zumindest auf Außenverteidiger Positionen in den meisten Fällen, zumindest so anhaben, dass man entweder einen sehr starken Spieler hat oder einen sehr schnellen und wenn man beides hat, ist er natürlich ideal, Walker ein sehr guter Spieler, jedes Jahr wieder und auch in diesem Thema hat er mich nicht enttäuscht. Linksverteidiger Kolasinac, wie gesagt, es muss nicht unbedingt schnell sein, 81 Tempo ist nicht so fix, allerdings mittelhoch Arbeitsraten, 83 für sich, ein bombastisch guter Spieler, hat mir extrem gut gefallen, sehr kopfballstark, sehr körperstark, defensiv stark, relativ schnell, leider nicht so gutes Dribbling, Flanken und Schießen kann er auch nicht so wirklich, aber in der Defensive ist er einfach so extrem stark unterstützt. Höfeldes und Schaden ist auch einer der Gründe, warum ich mit diesem Team relativ wenig Gegentore kassiere, ist einfach ein guter Spieler, ich werde nur empfehlen, den weiter zu spielen bzw. mal zu benutzen, ist wirklich einfach richtig nice und einer der besten Linksverteidiger der Bundesliga eventuell sogar. Zentrales Mittelfeld haben wir dann einmal den guten Miralem Pjanic auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir dann auch einen zentralen Mittelfeldspieler, der die Sechser ist und zwar Czajk Tioté. Bei Tioté ist so der Faktor, er ist überraschenderweise relativ schussstark gewesen, ja, er war oft in der Offensiv, weil mittelhoch Arbeitsraten ist 80 groß, 88 für sich, eine bombastische Sprungkraft, gewinnt so gut wie jedes Kopfballduell, 74 Tempo ist in Ordnung, 79 Defending ist richtig gut, 73 Dribbling geht auch noch klar, aber 56 Shooting nur und 66 passen, ich hätte nie erwartet, dass er Tore vorlegt, beziehungsweise geschweige denn, Tore erzielt, hat er aber gemacht, er hat eins geschossen, das war ein Longshot aus 35 Metern, die Bogenlampe des Jahrtausends und die Vorlagen, Leute, der ist wirklich offensiv stark, der kann sich extrem gut vorne durchsetzen, aufgrund dessen, dass er halt relativ groß ist mit 1,80, dazu, dass Dribbling okay ist und er die Körperstärke einfach hat und wenn er dann nochmal mit seinem Tempo ein bisschen durchkommt und einen Pass spielen kann, ja, dann ist das meistens eine relativ gute Situation, weil er die Verteidiger halt einfach wegblocken kann, also, wirklich richtig guter Spieler, nur zu empfehlen, check die TOT auf der einen Seite, die Mirale im Pianus auf der anderen Seite auch 1,80 groß, ist jetzt nicht so der allerdefensiv stärkste, dafür ist eigentlich TOT zuständig, die beiden haben aber defensiv gut zusammengearbeitet, es gab keine größeren Probleme, auch er sehr, sehr gut, was Longshots angeht, hat gute Freistöße, gutes Dribbling und extrem geiles Passspiel, das Tempo ist genau wie bei TOT ungefähr gleich, Physik sind dafür nicht so stark, ist ganz klar, er ist nicht so der physische Spieler, eher der technische, aber das kann auch wirklich gut die Pässe kommen, ideal, nur eine Torvorlage, macht was Bezeichnendes, wo man denkt, dass TOT 6 hat, dafür aber 3 Tore geschossen, also, er war wirklich gut, meistens hat er die Bälle raus auf die Außen gespielt, also verteilt, beziehungsweise auf den Zehner, der den weiter verteilt hat und dementsprechend, ja, war das nicht so schlimm, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Der Zehner ist übrigens, wenn wir gerade dabei sind, das Team ist non-links wasted, dann natürlich Francesco Totti, ich hab's schon erwähnt, er war bombastisch mal wieder, 16 Spiele mit ihm gemacht, 8 Tore, 7 Vorlagen, Longshot König, ohne Frage, ja, für mich, also, der macht wirklich so viele Longshot Tore, so geile Longshots, selbst wenn er nicht reingeht, immer gefährlich, bringt immer Ecken raus und so weiter, also immer neue Gefahrensituationen, hat ein extrem gutes Paar Spiel, gutes Dribbling und auch der Abschluss in 16er, wenn er da mal reinkommt, ist sehr, sehr stark. 72 Physik zudem, das heißt, ein 41 Tempo mit 1,80 Körpergröße, ist natürlich nicht so ideal, aber auf A10 ist das nicht so wichtig, er ist relativ wendig, trotz seiner Größe, beziehungsweise trotz seiner eigentlich nicht so, ja, Dribbelstarken, beziehungsweise nicht Dribbelstarken, ähm, wendigen Werte, sag ich jetzt einfach mal, und mit seinem Tempo, es fühlt sich nicht an wie 41, es fühlt sich sogar schneller an ein bisschen, also er kann teilweise verteidigend davonlaufen, wenn man dann irgendwie ein paar Skillmoves macht, dann kommt man ganz gut rum und dementsprechend Totti wirklich ein sehr guter Spiel, den ich euch nur ans Herz legen kann, probiert ihn mal aus, und macht unfassbar Spaß, mit dem zu spielen, er ist eine Legende und das macht das Ganze noch viel cooler. Linkes Mittelfeld, haben wir dann, äh, habe ich denn Linkes Mittelfeld? Ne, habe ich nicht, Linkes Mittelfeld ist ein linker Flügelspieler, und zwar der Italiener Stefan El-Scharavi, ja, auch er ein sehr guter Spieler, elf Spiele, nur ein Tor gemacht, zwei Vorlagen, hohe Arbeitsraten, arbeitet mit nach hinten, das heißt, er unterstützt Kolasinac und Höwedes bei der Defensivarbeit, genauso wie natürlich auch Pjanic auf seiner Seite, und er hat mir extrem gut gefallen, viele Vorlagen vor allem gemacht, hier sind gerade nur zwei, aber da müssen es wahrscheinlich Vorlagen gewesen sein, entweder zu Großchancen oder zu, ähm, ja, Pässen, die dann zur Vorlage geworden sind, also eigentlich war er wirklich sehr, sehr stark, er hat ein extrem gutes Passspiel, sehr gute Flanken, meiner Meinung nach, ähm, das Tempo ist natürlich ideal, das Dribbling ist wunderbar, das, äh, Shooting ist auch in Ordnung, sein Abschluss nicht so mega stark, seine Longshots nicht so mega stark, wie beispielsweise in FIFA 12, wo er wirklich der beste Spieler überhaupt war, weil er war ja so overpower mit seinem Five-Star-Skill zum Five-Star-Week-Foot, aber auf jeden Fall trotzdem sehr guter Spieler, kostet quasi nichts dazu, ist relativ groß, physisch noch einigermaßen stark, also links in der Serie A kannst du eigentlich wenig Besseres finden, als Stefan El-Sharavi und von daher definitiv ein sehr, sehr guter Spieler. Rechter Flügel kommen wir dann zu Remi Kabea und, ähm, naja, der ist 85 Tempo, nicht so schnell, 86 Dribbling, sehr, sehr gut, 80 passend und 79 Shooting, er hat sich im ersten Spiel direkt eingefügt mit einem Longshot, äh, danach noch zwei Vorlagen, zwei Tore gemacht, ist ein bisschen unauffälliger gewesen in den Folgespielen, nach dem ersten, im ersten war er mega auffällig, im zweiten, dritten, vierten auch noch, danach ein bisschen weniger auffällig, aber immer anspielbar, das ist das Schöne, du kannst mit dem Team Tiki-Taka spielen, ja, das ist bei wenigen Teams meiner Meinung nach so, es muss einfach alles stimmen, mit diesem Team geht es einfach, ihr könnt die Bälle laufen lassen, ihr könnt die Bälle nach außen spielen, wieder nach innen spielen, eine Flanke schlagen, irgendwer wird immer dastehen, irgendwer wird immer die Tore machen und das ist einfach so wunderbar bei diesem Team, was mir extrem, extrem gut gefällt und, äh, Kabea ist da ein entscheidender Faktor bei, er ist einfach, ähm, ein Freistoßgott, muss man dazu sagen, ein Flankengott, Flanken kann er auch sehr gut, er kann schießen, er kann dribbeln, er ist relativ schnell, er kann ein bisschen verteidigen sogar noch, er hilft auch mit nach hinten, also, man kann sich nicht beschweren für den Preis, ein absolut bombastischer Spieler, der Stürmer ist dann Mario Balotelli, ich hab's schon vorweg genommen, ich muss kein Geheimnis mehr draus machen, 82 Tempo, 81 Dribbling, 82 Shooting, 79 Physics, ja, Mario 1,88 groß, gering, gering Arbeitsraten, 11 Spiele, 13 Tore, 2 Torvorlagen, ich denke mal, das spricht für sich, äh, Forster Skills und Weakfoot dazu, das Tempo ist vollkommen ausreichend, ja, da muss halt Stürmer kein 90-Page-Stürmer stehen, Balotelli mit seiner Körperstärke ist bombastisch gut, 81 Dribbling dazu ist wunderbar, denn, er ist relativ wendig, trotz seiner 1,88 Körpergröße und der Schuss, sowohl aus der Distanz, als auch aus der Nähe, ist extrem nice, teilweise so ein bisschen Schwierigkeiten im Abschluss, dafür kann er aber köpfen, ja, also, eventuell mal eine Flanke schlagen, dann kann er mal rankommen, dafür macht er eventuell ein paar Gegen-Eins-Situationen nicht rein, was ganz komisch ist, aber an sich auf jeden Fall ein bombastischer Stürmer, den man da vorne auf jeden Fall reinstellen kann und mit dem ich überhaupt keine Probleme hatte, also probiert ihn auf jeden Fall mal aus, er ist ein ziemliches Biest. Gut, das war's von diesem Team, was ich noch sagen wollte, beim Hansus, habe ich gerade in der Schlangen-Episode, ihr könnt ja mal beim Hansus vorbeischauen, ich packe den Link nicht in die Videobeschreibung, weil ich es eh vergesse, aber schaut mal vorbei, die Schlangen-Episode Nummer 14 war es, glaube ich, oder 17, irgendwie sowas, da sagt der Pace das Allerwichtigste, hat sich da extrem drüber aufgeregt. Ich finde, es ist nicht so. Ich finde, dieses Jahr ist relativ ausgeglichen. Wenn man das Spiel gut lesen kann, wenn man schön antizipieren kann, wenn man sich hinten defensiv gut verhält, wenn man ein Team hat, das defensiv mitarbeitet, nach vorne mitarbeitet, dann ist alles wunderbar, dann bringt Pace auch nicht viel. Ich spiele teilweise mit diesem Team, ihr seht, ich habe einen Zehner, der 41 Tempo hat, der ist trotzdem bombastisch, der gewinnt trotzdem Zweikämpfe, der kann trotzdem die Tore machen und der kann trotzdem richtig, richtig gut sein. Genauso wie die Verteidigung, Höwedes, nur 66 Tempo, Colassi-Dajs ist auch nicht so schnell, die Sechser sind auch nicht so schnell, können überlaufen werden, klar, aber es passiert einfach selten, weil das Team quasi die Fehler der anderen ausbügelt und das macht das Team einfach richtig, richtig stark und deswegen kann ich es nur jedem von euch ganz herzlich legen. Das war's von diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch seid, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.